Läuft schon. Läuft schon. Yeah. Musst du nur irgendwas sagen, bevor du losfahrst? Also. Ich hör schon hier nicht, dass ich hier Flipper anmache, oder? Ja, ich glaub schon. Nimm mal ein, das Zeug. Ich kann das Auto fahren. Es ist wie ein Rechtsauto. Auto zum Tretten. Yeah, das bewegt sich noch. Boah, das ist ja cool. Komm her, David. Okay. Überblick. Mal gucken. Pssst. Ich wünsche, dass sie das jetzt bewegt. Pssst. Ich will aber die Kamera innen haben. Ich wisst gar nicht, anders. Hier. Witzig. Yeah. Witzig. Juhu. Boah. Ein bisschen rumschleidert. Witzig. 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 Jetzt hast du aber bei uns geschaut. Weil du gesagt hast. Bremsegierkater. Die sagen wir dann doch bei uns geschaut. Die können wir jetzt rein schlagen die bestimmt. Ja, wir haben die geholt. Und dann hast du nicht nachsagen können. Der macht doch alles mit. Du hast nur noch 37 Sekunden. Das war unsere Schuld. Wir sind rauf gegangen. Der ist so gut. Ja, ich bin aber rauf gegangen und habe eine Nummer geholt. Ich fahre auf. Ja, ich fahre auf. Ja, ja. Danke. Witzig. Witzig. Ja. Warte, ich bin mal der Kauter von Ihnen oder? Warte, wie das ausschaut. Es ist wohl wirklich wie die Matte. Es ist doch voll langweilig. Ja. Es wird aber nur ein Mandel. Ja warte doch mal. Ja? Oh, Mensch. Ähm, normalerweise dürfen wir mal in einem Malerwes? Was? Es ist ja voll schädig. 2, 4, 15